Jetzt tue ich Racken in das Gifflug machen, wo die das trafen. So, jetzt ist das ganz voll auf die Schöne. Jetzt eine Wasserbande und tue sie hier unten ran. Jetzt mache ich, also jetzt habe ich den Punkt. So, jetzt habe ich das jetzt meine Kleine und jetzt wird es hier drum gewickelt, so wie man es so macht. Am besten mich hier dran lassen und dann erst abmachen und noch einmal drum weg. Und wenn du das gemacht hast, soll ich das hier rausziehen. So, jetzt habe ich das hier rausziehen. Sehr schön, super schön. Und die Wigwollen zeige ich euch so, wie man, was man alles mit dem Wasserboschen machen kann. Und man kann auch damit Luftballons aufnehmen, mit Luft. Tschüss ihr Lieben. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.